Wie man geht, so geht es einem. Das ist das heutige Thema. Mein Name ist Jürgen Felger von Zielbild Coaching. Wie man geht, so geht es einem. Ja, das ist ein Spruch, den kannte ich noch nicht so lange, aber es gibt andere Sprichwörter wie den Kopf hängen lassen oder Haltung annehmen oder erhobenen Hauptes gehen, zum Beispiel, die alle eine Körperlichkeit mit einer inneren Einstellung verbinden. Und da wird eine Verbindung gemacht zwischen der Körperlichkeit und der inneren Einstellung. Und die ist auch vorhanden. Offensichtlich. So die Sprichwörter, die ja geronnene Weisheit beinhalten auch, der Menschen und der Generation auch vor uns. Also da ist irgendwas gemeinsam. Warum spreche ich das an? Könnte man sagen, ja gut, der Zielbild Coach, der will hier irgendwelche philosophischen Dinge da von sich geben. Nein, es geht nicht nur darum, interessante Zusammenhänge aufzudecken. Nein, es geht auch darum, dass wir das auch nutzen können. Wenn du weißt, dass deine Körperlichkeit irgendwie zusammenhängt mit deiner inneren Einstellung, dann ist es nicht nur so, dass die innere Einstellung eine Auswirkung hat auf die Körperlichkeit, zum Beispiel das Haupt, die Haltung, der erhobene Kopf oder was auch immer. Wie man geht, so geht es einem. Nein, sondern es ist auch so, dass die Körperlichkeit, der Körper auch dementsprechend einen Einfluss hat auf die innere Einstellung. Auf den Kopf da oben, auf das Mentale. Und das ist ganz entscheidend. Ich habe dir damit ein Werkzeug gegeben. Also nicht ich, aber das ist vorhanden. Darauf mache ich dich aufmerksam. Es ist da ein Werkzeug vorhanden, wie du deine innere Einstellung beeinflusst. Warum betone ich das Wort beeinflussen? Du kannst deine innere Einstellung nicht zwingen, sondern du kannst sie einladen oder Alternativen geben oder eben beeinflussen und eben nicht zu irgendwas zwingen. Also wenn du dich positiv beeinflussen willst oder dich irgendwie gut einstimmen willst auf irgendwas, auf irgendein Ziel, dann, wie man auch häufig sagt, Kopf hoch. Das meint man nicht nur im auffordernden Sinne, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt gerade eine schwierige Zeit und jetzt Kopf hoch. Nein, das hilft auch, die Einstellung entsprechend zu beeinflussen. Also deinen mentalen Zustand. Dein Zustand kann schon toll sein und warum solltest du ihn noch, nicht noch so beeinflussen, dass er noch besser ist? Also noch zielgerichteter. Das ist mein Appell an dich, dass du das eben nutzt, dieses Werkzeug. Ich habe schon mal ein Video gemacht zum Thema Körperlichkeit und Mentales und die Verknüpfung. Das habe ich damals bezeichnet, lächle, wenn du traurig bist. Findest du hier oben gerade. Und da habe ich auch eben diese Verbindung genannt, die da wichtig ist und vorherrscht und dass das auch eine Einladung ist und so weiter und dass du damit eben auch deinen mentalen Zustand beeinflussen kannst. Beeinflussen, wie gesagt. Dein Körper ist da ein ganz starkes Instrument, dich zu beeinflussen. Ein weiteres Instrument ist natürlich oder ein Werkzeug, so propagiere ich hier, so appelliere ich an dich, das visuelle Instrument, das visuelle Werkzeug. Deswegen heißt der Kanal auch Zielbild. Damit kannst du dich auch positiv beeinflussen. Beeinflussen wohlgemerkt. Nicht dazu zu 100% verleiten, sondern einfach nur einladen und dass du dich positiv in eine Richtung, also die du willst, ziehst, einlädst, beeinflusst, die Alternativen gibst, dich verführst zu bestimmten Dingen, die du dir eben gedacht hast, die für dich wichtig sind. Ja, also ich habe das noch nicht abschließend für mich geklärt, wie genau man das alles nutzen kann, aber es ist ein weites Feld, denke ich, wie man eben auch den Körper verwenden kann, um sich positiv zu beeinflussen. So viel für heute und die Gedanken zu dem Thema. Lass gerne ein Abo da. Hier oben kannst du klicken und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. dann spreche wir es nur Auch wenn es new圿 ist, wie es ist, sind es sehr ausgegeben. Sie haben die ganzen Ind Siberia, aber은 alle 你 paperworken, dich auf die Schweiz besorta, dass sie spoon derЫ burdens sind. Also kannst du ja noch